Hallo, Heia, Weitküchen, wieder mit Recht herzlich willkommen auf unserem roten Kanal zum kleinen Video-Hor-Spielchen. Heute werden wir zusammen 5 Steps from Hell. Das Spiel soll, glaube ich, fünf Kapitel oder so haben und ich habe keine Ahnung, was hier überhaupt geht. Vorher bitte noch ganz herzlichen Dank an unseren Unterstützer, ohne dass hier alles gar nicht machbar zu realisieren wäre. Vielen, vielen Dank, Freunde, für eure enorme Hilfe. Vielen, wir gehen mal in die Options. Fullscreen, Brightness. Machen wir mal ein bisschen heller hier. Ah, Maus-Sensitive. Oh, Brightness ist hier. Ein bisschen heller. Graphics. Standard. Kann ich alles nehmen. How to play. Wer sehe, reloads. Space-Change-Web-Mode. Crowds. Sneak. Protect. Regains. Stamina. Should. Tap. Inventory. Return. New game. Bin ja mal jetzt gespannt. Er lädt. Und wenn ich so Musik höre, dann wird es mir auch immer Angst und Bange. Und das Teil hat 2,5 Gigabyte auf zu runterladen. Jetzt hoffe ich, er braucht auch nicht allzu lange, um es zu laden. Weil sonst kriegt der Roasty in die Krise. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Seid wohl auf. Ich habe mal wieder meinen Roasty Cap, den ich von David und Simon aus der Schweiz geschenkt bekommen habe, zum Gefortsagen. An Loading. Please hold the line. Hello, Spiel. Loading. Wir sehen ein Ladebildschirm. Oh, es kommt. Habe ich eine Flashlight? Es soll so ein bisschen inspiriert sein von Resident Evil, Silent Hill oder so. Ich habe überhaupt nichts. Im Moment habe ich gar nichts. Ich habe nicht mal eine Flashlight. Licht. Es scheint der Weg hinzugehen. Wir folgen. Wir folgen mal dem Licht. Ich habe eine Waffe. Mit 15 Schuss. Aber was ich meine ich hatte, Was ich gut finde, ist, dass mir auf jeden Fall mal... Wo lag jetzt der Officer? Ich bin in den Saal verloren. Wir haben eine Waffe in der Hand. Eine Waffe ist immer gut. Da ist eine Brücke. Eine Brücke. Strand. Wir sind am Strand. Eine Flöschland habe ich an. Da sind wir hergekommen. Von hier sind wir gekommen, Leute. Gehen wir gerade nochmal zurück. Sonst verlaube ich mich eh wieder. Hier war der Officer. Der Tote auch gesagt. Vor allem, wer hat ihn umgebracht? Den Herrn auch gesagt. Was war das für eine Kreatur? Irgendwas geht hier vor sich. Und der Rusty weiß noch nicht, was es ist. Also meine Flashlight muss ich sagen. Gut selbst. Hörte das? Wir sehen nichts alleine. Hier ist auf jeden Fall jemand im Wald. Wir sehen ja mal Haus. Burn. Verlassenes Haus. Magazin. Hells. Hells nehmen wir natürlich gern. Shotgun round. Ich habe eine Schüttigkeit. Mit zwei Schütt. Mit zwei Schütt. Sicher ist sicher. Ich höre es der ein bisschen. Oh, das ist grüppig. Leute. Hörte das? Mach doch das. Hallo. Also es soll fünf Kapitel oder vier oder fünf Kapitel umfassen. Wo jede so fünfzehn Minuten geht. Vielleicht mache ich auch mehrere Parts raus. Ich weiß ja nicht. Je nachdem. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht. BANG! Was? Deine. Höne. Ich weiß nicht. Kann man sein. Was ist das? Was ist das? Zombies? Meine Health Zapp, Health X to use A stone ring, X to use Äh, kann ich das nicht Ah, ich hab mich wieder geheilt Kann ich was? Da liegt was vor uns Löwe, also Cheering Geht's da gut? Wo dann? Wo ist die Tür abgegangen? Die Tür ist lockt Kann ich ja nicht die Lichter anmachen Die sind anscheinend ein alter Stromausfall oder so Ich hab ja mal ne Tür aufgegangen Die Stimmung ist schon creepy Aber man merkt gleich dass es so einen leichten Resident Evil Touch hat Alles lockt Das war's schon Ich hab gedacht das ist im Vor... Da hab ich mich wohl beim Spiel vertan Das Spiel ist draußen Bei Steam und Itch Thanks Ich hab's bei Itchio runtergeladen Aber das kann doch nicht alles gewesen sein, oder? Ah, jetzt bin ich doch ein bisschen leicht frustriert Dieses 5 Steps from Hell Vergesst alles was ich gesagt habe Leute Naja Ja, hier bin ich schon ein bisschen Schock hier Wir bedanken uns auf jeden Fall Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen Wir würden uns freuen wenn ihr wieder einschalten wieder auf unserem reisigen Kanal Bitte bewertet doch das Video Schreibt was in die Kommentare Aktiviert den Glocke Und falls ihr noch kein Abo habt Einfach nur aufs Köpfchen drücken Ich weiß jetzt nicht was ich da machen soll Das kann doch nicht alles sein für 2,5 Gigabyte Irgendwas stimmt hier nicht Oder? Wenn ich da hingehe auf How to play Return Options Und hier steht ja nur ein New Game Ich weiß auch nicht In diesem Sinne Bleibt's bitte gesund Genießt das Leben Habt Spaß Aber übertreibt spielen Passt bitte auf euch auf Das war 5 Steps from Hell Ich muss auch nochmal auf Video gehen und gucken was das Sache ist Das kann ja nicht sein 2,5 Gigabyte Ist das sowas? Das kann nicht alles sein In diesem Sinne Wir sagen tschüss mit dir und tschüss mit dir und Euer Sam Teddy Dominik Trosti und der Rest der Artenband ist sehr gut gefallen Und gleich von Krüppfuß